Flaumigster Kaiserschmarrn Trenne vier Eier und schlage das Eikler zu Schnee. Verrühre 250 Gramm Mehl, 30 Gramm Zucker und 300 Milliliter Milch mit den Eidottern und hebe den Eischnee vorsichtig unter den dickflüssigen Teig. Gieße den Teig in eine Pfanne mit etwas Öl und teile ihn in Viertel, wenn der Boden des Kaiserschmarrns goldbraun gebacken ist. Wende die Viertel in der Pfanne und backe den Teig nun auf der anderen Seite heraus. Zerreiße ihn in Stücke und serviere den Kaiserschmarrn mit Staubzucker, Marillen- oder Zwetschgenrösse.